So Freunde der Sonne, ich habe wieder Hunger und auch Lust wieder zu kochen und die Zeit dafür. Wir haben hier Frühlingslauch, Rumsteak, Hinschenbrust, Zitrone, Rosmarin, Knoblauch, Sheryltomaten, scharfe Peperoni, Champignons. Angebraten wird es in Olivenöl und lasst euch jetzt mal überraschen. So Freunde der Sonne, mein Rumsteak habe ich jetzt in ganz dünnen Streifen geschnitten, wenn man es so nennen darf und meine Hinschenbrust wird jetzt gleich folgen. Genauso werde ich das machen und dann in Öl anbraten. So die Hinschenbrust ist in Streifen geschnitten und jetzt geht es an die Champignons. So wir hetzen jetzt die Pfanne auf Stufe 8 und geben hier das Olivenöl rein. Reicht. So jetzt geben wir das Fleisch in die Pfanne und lassen das schön anbraten. So jetzt geben wir die Champignons dazu. Frühlingslauch rein. Schönen Tomaten. Ich habe keinen frischen Knoblauch. Bisschen Knoblauch rein. Was mehr Salz. Pfeffer. Schönen Zitronensaft rein. Alles frisch. Und jetzt schön anbraten lassen. Bon Appetit. Ich sage euch. Einfach genial. Überragend. Sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Empfehle ich euch. Über Feedback würde ich mich freuen. Sagt mir, wie es geschmeckt hat. Aber glaubt mir. Ich nehme das Ding hier auseinander jetzt. Schmeckt.